Moin und Wartmannsheil vom Team Winz. Um Salzlecksteine zum Beispiel an einer Wand oder einem Pfahl befestigen zu können, benötigen wir eine Lecksteinhalterung. Sie ist wirklich robust und massiv, besitzt vier Schraublöcher und auch unten vier Öffnungen, wo zum Beispiel Wasser ablaufen kann. So, befestigen wir das mal zum Beispiel an einem Pfahl. Geeignet ist die robuste Halterung für fünf oder auch zehn Kilo Salzlecksteine. Weitmannsheil vom Team Winz. Wiritmannsheil vom Team Winz.